Jetzt neu, der Factory 2-in-1 Hochdruckreiniger von Dirt Devil. Er bietet zwei leistungsstarke Reinigungsgeräte in einem praktischen Design. Ein Hochdruckreiniger zur Reinigung von Fassaden, Garagentoren, Terrassen und Verandas, Bodenflächen und Fahrzeugen und ein herausnehmbarer Nass-Trockensauger mit Saug- und Blas-Funktion, um Autos zu saugen, Schmutz zu entfernen, Wasser aufzusaugen und andere Reinigungsarbeiten rund um Haus, Garage und Werkstatt zu erledigen. Der Factory Hochdruckreiniger ist mit einem kompletten Zubehörsatz ausgestattet. Eine Sprühpistole, eine Reinigungslanze mit verstellbarer Düse, eine Rotobürste, einem 6 Meter langen Hochdruckschlauch und speziellem Zubehör für die Nass-Trocken-Reinigung. Ein 10 Meter langes Stromkabel für Arbeiten im Außenbereich, Zwei Reinigungsmittelbehälter bieten einen großen Vorrat oder die Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen Reinigungsmitteln zu wählen. Der 6 Meter lange Hochdruckschlauch macht die Reinigung hochgelegener oder schwer zugänglicher Stellen möglich. Eine Aluminiumpumpe fördert bis zu 450 Liter Flüssigkeit pro Stunde und erreicht einen Druck von maximal 135 Bar. Die automatische Abschaltfunktion verlängert die Lebensdauer von Pumpe und Motor. Der herausnehmbare Nass-Trockensauger verfügt über einen 10 Liter Schmutztank. Die Funktion für Reinigungsmittel ermöglicht einen sanften Düsendruck. Ohne die Behälter zu wechseln, wird die Düse einfach auf Hochdruck umgestellt. Durch Drehen an der Düse werden verschiedene Strahlarten eingestellt, um eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben im Außenbereich zu erledigen. Der Factory 2 in 1 Hochdruckreiniger ist ideal für die Reinigung von Außenfenstern. Der Nass-Trockensauger kann direkt aus dem Gerät genommen werden und verfügt über ein separates Stromkabel. Verbinden Sie einfach den Schlauch mit dem gewünschten Aufsatz. Ein integrierter Schwimmer verhindert, dass der Schmutztank überfüllt wird. Sie können das Gerät öffnen, um es auf Verstopfungen zu überprüfen oder um zu sehen, ob der Behälter voll ist. Einfache Anwendung und viele Funktionen machen den Factory 2 in 1 Hochdruckreiniger zum nützlichen Helfer in jedem Haushalt.